Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Morgen ist wieder Zeit für den Donner-Stream und da möchte ich mit euch Bell Ride weiterspielen. Und zwar den Spielstand, den ich mit dem morgigen dritten Angespielt-Video erreichen werde. Das wird irgendwann gegen Mittag oder 14 Uhr erscheinen und abends ab 20 Uhr geht es dann im Stream weiter. Falls ihr nicht alle Videos gesehen habt, überhaupt gar kein Problem. Man kommt, glaube ich, sehr schnell rein in das, was hier passiert. Ich kann das Spiel noch gar nicht so richtig einschätzen. Es hat eine sehr langsame Progression, was nicht schlecht ist. Es ist auf keinen Fall langweilig, aber ein richtiges Urteil kann ich mir noch nicht bilden. Insofern bin ich wirklich gespannt und freue mich auf den Abend, dass wir noch ein paar Stunden mehr mit Bell Ride erleben werden. Und vielleicht setzen wir das ja sogar in der nächsten Woche fort. Also, wir sehen uns hoffentlich morgen Donnerstag ab 20.30 Uhr live auf Twitch. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.